Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apple Cases. Vor euch seht ihr das Samsung Galaxy Nexus, das ich euch ja vor einiger Zeit mal im Unboxing präsentiert hatte und dann in einem zweiten Review-Video. Und in beiden Videos hatte ich ja schon gesagt, dass einer der ganz, ganz großen Vorteile von diesem Samsung Galaxy Nexus oder insgesamt von der Nexus-Serie von Google eben ist, dass man grundsätzlich die neuesten Updates immer sehr, sehr zeitnah bekommt. Und das ist jetzt auch hier wieder der Fall. Das Ganze wurde ja mit Android 4.0.1 ausgeliefert. Dann gab es kurz danach ein Update auf 4.0.3. Ja, und jetzt ist das ganz aktuelle Android 4.0.4 ausgeliefert worden. Ich kann euch das Ganze mal ganz kurz hier präsentieren. Wenn man hier auf die Einstellung geht und dann hier nach unten scrollt, dann seht ihr hier den Menüpunkt über das Telefon. Und wenn man hier draufklickt, dann seht ihr, dass das Ganze jetzt in der Tat auf der neuesten Version ist, nämlich Android 4.0.4 ICS Ice Cream Sandwich. Ja, das Handy profitiert von diesem Update nochmal. Es sind zwar keine neuen Funktionalitäten mit dabei, aber man hat den Eindruck, dass einiges doch nochmal etwas schneller, etwas flüssiger läuft. So zum Beispiel das Kippen des Bildschirms, das ist schneller geworden. Oder auch das Aufrufen von dem Task Manager. Das werde ich euch aber in einem separaten Video auch nochmal alles zeigen. In diesem ganz, ganz kurzen Video geht es einfach nur mal um die Informationen für alle Nexos-Besitzer. Geht einfach mal auf die Update-Funktion, ladet euch das Update runter. Es lohnt sich wirklich. Dieses Video soll jetzt nicht zu lang werden. Es ist hier nur ein kurzes Infovideo. Ich würde mich freuen, wenn euch die Information weiterhilft und wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ciao Leute, beziehungsweise see you! Ciao Leute, beziehungsweise see you!